Hallo und herzlich willkommen hier ist wieder euer Commander am Start. Ja, jetzt nicht zu Kerbal Space Program, sondern kurz zu einem Infovideo. Ich habe anzukündigen, dass mein Commander Time verlegt wurde oder ich beziehungsweise selber es verlegt habe. Mich werdet ihr jetzt ab diese Woche immer donnerstags und sonntags sehen, weil Kerbal Space Program einfach so viel Zeit schluckt und sonst einfach immer nur 30 Minuten folgen oder so draus werden, weil ich einfach noch mehr reinstecken will, was mir einfach so Spaß macht und weil ich so viel herzeigen möchte auch und dann werden das ganze immer bloß irgendwie, was ich, 30 Minuten folgen oder so und das wäre dann einfach viel zu lang und dann deswegen gibt es jetzt immer donnerstags und sonntags, seht ihr mich dann. Und ab Mittwoch nimmt dann ein neues Let's Play meinen Platz ein und zwar City Skylines mit noch jemandem, aber das ist noch geheim. Das werdet ihr dann morgen sehen, wer das dann ist. Wie gesagt, nochmal TLDR. Donnerstags und Sonntags ist dann wieder Commander Time, jetzt neu. Und am Mittwoch kommt dann ein neues Projekt mit mir und jemand anderem. Wollt ihr euch nur noch schnell gesagt haben, das war es auch schon wieder. Tschüss, auf Wiedersehen. Ciao.